So, willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Battlefield 2 Bad Company auf dem iPod. So, willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Battlefield 2 Bad Company auf dem iPod. So, willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Battlefield 2 Bad Company auf dem iPod. So, let's play it now. So, let's play it now. Ah, das sind Russen. So, let's play it now. Chacacabum. Chacacabum. Das war's für heute. Ich habe es schon wieder nach vorne. Und kein Lackabumbolele! Jetzt schon! Ach, noch so einer! Achja, wir müssen ja hier die ganzen Funktunnel! Und jetzt! Mhm. I can put in. Drum roll. Oh No Wohoo! Da ist einer, deshalb flieht das immer auf, die musst du zuerst killen und dann hast eine Gugel. Da ist eine Muni-Küsse, die kommt mir jetzt echt gelegen gerade irgendwie. Da ist eine Muni-Küsse. Da kann ich eine Muni-Klinik nehmen. Na jawohl. Ja. So weit, so gut. Ich glaube man konnte da auch irgendwie, ja wenn man da so ist, dann kann man, hopp, komm. Ach. Geht jetzt nicht, komm. Machen wir jetzt halt nochmal. So, ich hoffe ich kriege das noch in der Zeit hin. Ich glaube das war der letzte. Ja, das war der letzte und dann sage ich hier an dieser Stelle auch schon wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.